Willkommen zum fünften Kapitel, in dem wir uns mit Vorformen der Algebra im alten Babylon und ein wenig Astronomie aus dem neuen Babylon beschäftigen wollen. Bei der Astronomie beschränke ich mich auf ein Einzelproblem, das Studium der Bewegung des Jupiter, bei dem man erst vor wenigen Jahren, noch nicht mal fünf Jahre her, nachweisen konnte, dass die Neubabylonier offenbar über eine Verfahrensweise verfügt haben, die wir heute mit dem funktionalen Denken, ja sogar mit Analysis in Verbindung bringen würden. Wenn wir hier von präformaler Algebra reden und ich auf die Folie schreibe, dass man schon im alten Babylonien über Lösungsverfahren für lineare und quadratische Gleichungen, für sämtliche soll das dann meinen, für spezielle kubische Gleichungen und für lineare und spezielle nicht-lineare Gleichungssysteme in zwei Unbekannten hatte, dann muss man dennoch einschränken, dass das wieder so ein bisschen ähnlich ist wie bei den Sätzen in der Geometrie. Also wir dürfen uns natürlich erstmal nicht vorstellen, dass so etwas passiert ist wie symbolische Algebra, sondern es wurden an Zahlenbeispielen Verfahren vorgerechnet. Ja, auch wieder ohne Begründungen und durchgerechnet eben mit bestimmten Zahlen, die dann man aber als Platzhalter interpretieren kann. Wir sollten uns vielleicht ein Beispiel davon einmal ansehen, was ganz typisch ist und wir machen das auch wieder so, dass wir Schritt für Schritt versuchen, das in unsere heutige Notation zu übersetzen. Diesmal war ich aber etwas fauler, ich schreibe das nicht von Hand, sondern habe das immer direkt auf die Folie gegeben. Hier haben wir also wieder eine Quelle, BM 13901 ist wieder aus dem British Museum. Sie sehen schon, das ist jetzt wieder so eine ganz dicht beschriftete Tafel. Das ist jetzt nicht die Hausübung von einem Schreiber, sondern das ist wieder so ein Lehrbuch, wo Ihnen eben ganz viele Verfahren beigebracht werden. Eine auf dieser Tafel BM 13901 enthaltene gelöste Aufgabe ist dann die folgende. Die Fläche des Quadrates, das der Seite angefügt wird, ist gleich 0,45. Gut, übersetzen wir das wieder. Wir haben die Fläche eines Quadrates und das wird der Seite angefügt. Jetzt schreiben hier Pferd und Dahan Dal Medico das so, dass sie sagen, okay, die Fläche des Quadrates, das ist irgendwas Gesuchtes, das ist x² und der wird die Seite dieses Quadrates angefügt, das ist x und was da rauskommt ist 0,45 und das ist eben in dezimaler Schreibweise 3,25. Jetzt wird das noch verallgemeinert. Hier entsteht quasi ein Lösungsverfahren. Genau im Prinzip die pq-Formel und eine Sache, die Sie hier auch noch sehen, die ist ganz typisch noch bis weit ins Mittelalter und die frühe Renaissance herein, dass wir das q da auf die falsche Seite schreiben sozusagen, weil wir müssen zusehen, dass alle Parameter positiv bleiben. Also wenn man gesagt hat, man hat Gleichung gelöst, dann meint das eigentlich immer die positiven Lösungen und Sie schreiben dann, wenn Sie jetzt minus px hätten, käme das auf die andere Seite der Gleichung oder in diesem Fall eben das q. Gut, gucken wir mal weiter, was jetzt in der nächsten Zeile passiert. Ich setze 1 als Einheit. Da ist jetzt hier die Interpretation, das weiß man natürlich auch wieder nicht aus einem einzelnen Text, sondern da muss man mehrere Aufgaben sich angesehen haben, dass diese 1, die man sich daher nimmt, quasi der Koeffizient vor dem x ist, also unser p. Jetzt teile ich die 1 in zwei Hälften. Aha, 1 halb mal 1 ist gleich 1 halb, beziehungsweise 1 halb ist ja dann wieder 0,30, beziehungsweise allgemein mit Variablen hingeschrieben werden das dann p halbe. Jetzt kommen Sie langsam schon drauf, was das vielleicht werden könnte. So, nächste Zeile. Du vermehrst um 0,30, Doppelpunkt 0,15. Vermehrst heißt hier scheinbar nicht addieren, weil dann wären wir bei 1 gelandet, sondern vermehrst heißt multiplizieren. Ich quadriere eigentlich das 1 halb und dann wird daraus ein Viertel oder bei dem p halben werden daraus p Quadrat Viertel und ich füge jetzt dieses 0,15 zu meinem 0,45 hinzu. Ich rechne also ein Viertel plus drei Viertel, beziehungsweise wenn ich nachgucke, was waren eigentlich die drei Viertel? Schematisch war das unser q. Also habe ich da p Quadrat Viertel plus q. Was ich da hinschreibe, ist also genau die Diskriminante. Jetzt, das ist das Quadrat von 1 steht da. Ja, 1. Die Wurzel aus 1 ist 1, kann man auch sagen. Also jetzt nehmen wir die Wurzel davon, von der Diskriminante. Von dieser 1 ziehe ich diejenigen 0,30 ab, die ich vorhin hinzugefügt habe. Also ich nehme die Determinante minus meine p halbe und dann steht da, das wäre die Seite des Quadrats. Ja, und dann steht da, x ist gleich Wurzel aus d minus p halbe. Das kommt Ihnen vielleicht noch nicht ganz so schön vor, wie wir würden vielleicht lieber schreiben wollen, minus p halbe plus Wurzel aus p Quadrat Viertel plus q. Dann ist das wirklich die pq-Formel, wie man die in der Schule lernt. Eben nicht mit dem Plus Minus, weil wir ja hier nur eine Lösung finden können in dem Fall. Was da gemacht worden ist, ist also im Prinzip eine quadratische Ergänzung, aber eben typisch für diese Zeit. Es wird Ihnen ein Rechenalgorithmus präsentiert. Wir verlassen das alte Babylon und machen einen Sprung noch mal wieder gut 1000 Jahre weiter nach vorne ins neue Babylon. Die Babylonier können als Erfinder der Tierkreiszeichen gelten. Für einen Beobachter, der nicht weiß, dass sich die Erde um die Sonne dreht, schaut es ja so aus, als würde die Sonne im Laufe eines Jahres unterschiedliche Sternbilder durchlaufen. Ebenso kann man von der Erde aus die Bewegung verschiedener, insbesondere der äußeren Planeten des Sonnensystems, da auch beobachten. Und auch das haben schon die Babylonier getan. Mathieu Ossendreiber, Professor für Antike Wissenschaftsgeschichte und von Hauser aus promulierter Astrophysiker und Assyriologe hält zu diesem Thema fest. Ich zitiere jetzt mal. Mathieu Ossendreiber, Professor für Antike Wissenschaftsgeschichte und von Hause aus promulierter Astrophysiker und Assyriologe hält zu diesem Thema fest. Ich zitiere. Als Babylonier und Medea 612 vor unserer Zeitrechnung das Assyrische Reich eroberten, verlagerte sich der Schwerpunkt der mesopotamischen Gelehrsamkeit nach Babylonien. Die am stärksten repräsentierte Textgruppe der babylonischen Sternkunde des ersten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung sind astronomische Tagebücher und verwandte Texte. Sie sind Zeugnisse eines systematischen Beobachtungsprogramms, das vom siebten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bis zum Ende der Keilschrift um hundert nach unserer Zeitrechnung fortgeführt würde. Einteilung und Themen der Tagebücher änderten sich kaum über die Jahrhunderte. Die meisten enthalten Aufzeichnungen für sechs Monate, wobei jeder Monatsabschnitt mit astronomischen Phänomenen anfängt. Beschäftigt man sich mit diesen Kalendarien und Büchern, so ist zu beachten, dass der Tag in Mesopotamien mit Sonnenuntergang anfing und der Monat mit der ersten Beobachtung der neuen Mondsichel und dass ein Monat 29 oder 30 Tage hatte. Neben dem Mond und der Sonne wurden in Babylonien auch die scheinbaren Bewegungen der Außenplaneten unseres Sonnensystems beobachtet. Scheinbar in dem Sinne, wie ein Beobachter auf der Erde die sieht, aber vom Standpunkt sieht er die natürlich in gewisser Weise falsch. Die Abbildung, die wir hier auf der Folie haben, zeigt den sogenannten synodischen Zyklus eines Außenplaneten, könnte etwa der Jupiter sein. Für einen Beobachter auf der Erde bewegt sich dieser Planet dann auf der nördlichen Halbkugel vom Morgen erst, ME, über die erste Station, S1, über die Opposition, OP, zur Station 2, bis zum Abendletzt, wo dann der Planet unsichtbar wird und dann kommt wieder irgendwann der Morgen erst. Wie kommt jetzt hier Mathematik ins Spiel oder was ist jetzt hier die besondere Beobachtung, die der Herr Ossendriver gemacht hat? Dazu müssen wir uns ein letztes Mal einer konkreten Quelle widmen und versuchen, diese zu interpretieren. Die Quelle ist hier die Tafel BM40054. Die stammt genau aus dieser Zeit, so circa 600 vor unserer Zeitrechnung und die ist auch mal wieder im British Museum gelagert. Und hier haben wir jetzt wieder so einen Quellentext, der Tag des Erscheinens, 0,12 nach 1,0 Tagen, 0,39. Ja, was sind diese Zahlen? 0,12, 0,39. Wir hatten ja immer schon gesagt, das kann man sich so schön als Minuten und Sekunden vorstellen. Oder woher kennen Sie noch das 60er-System? Naja, von den Winkeln und da hat man ja auch gerade Minute, Sekunde. Und tatsächlich, dieses 0,12 und das 0,39, das sind im Grunde genommen Winkelmaße dieser Bewegung des Körpers, die man sieht und zwar innerhalb eines Zeitraums. Also im Grunde genommen Winkelgeschwindigkeiten, das 0,12 ist sozusagen in einem bestimmten Gradmaß, 0 Minuten meinetwegen und 12 Sekunden hat sich am Abendhimmel der Jupiter in der Dauer eines Tages bewegt. Also meinetwegen Minuten und Sekunden, Gradminuten und Gradsekunden pro Tag. Ob das jetzt wirklich genau unsere Grade sind, dann das wollen wir mal außen vor lassen, aber man kann sagen, das ist sozusagen Winkel pro Tag als Geschwindigkeit. So, wie geht das jetzt weiter und was ist wirklich die verblüffende Erkenntnis, die da der Herr Ossendreiber machen konnte? Die ganz wesentliche Hilfestellung ist hier dieses Bild, das uns schon bei einigen sehr wesentlichen Daten sagt, worum es sich bei den Zahlenangaben handelt. Sonst würden wir das wahrscheinlich gar nicht zusammenbringen. Aber wir sind ja auch keine doppelt promovierten Altorientalisten. Also fangen wir mal an, dass wir versuchen, diesen ersten Satz hier zu übertragen. Der Tag des Erscheinens, First Appearance, 0,12. 0,12 ist hier als eine Länge aufgetragen. A nenne ich die mal. Also sagen wir mal, A ist 0,12. Also sagen wir mal, 12 Minuten im Gradmaß. So, und dann weiter. Nach 1,0 Tagen, die sind hier aufgetragen, 1,0, das heißt 1,60er plus 0. Also eigentlich sind das hier 60 Tage, 2,0 dann 120 Tage. Also 1,0 ist jetzt nicht die Dezimal 1,0, sondern 1,60er, 0,1er. Nach 1,0 Tagen 0,9,30. Das wird diese Länge hier sein, das nenne ich mal B. Und diese 1,0, die nenne ich vielleicht mal C. Also B ist gleich 0,9,30 und C ist gleich 1,0. Zweite Zeile. 0,12 und 9,30 ist 0,21,30. Machen wir mal nur bis da. Dann haben wir da also stehen, A plus B wird addiert und ergibt 21,30. Da fehlt wohl noch eine 0 davor. Moment, 0,21,30. Das ist jetzt nicht schön, und das machen wir nochmal neu. 0,21,30 kommt da als Summe raus. So, und jetzt, was wird jetzt gemacht? Das schreibe ich mal hier als 3 hin. Mal 0,30. 0,30 mal 0,30 ist mal 0,5, ist also geteilt durch 2. Ich schreibe das mal als A plus B halbe hin. Ist gleich. Da steht hier gar nicht, was das gleich ist, sondern da wird erst nochmal 1,0 genommen. Also mal C. Und das ergibt dann 10,45. So, ist auch klar, 21,30, die Hälfte davon wäre 0,10,45 mal 1,0. Ist ja genauso. Egal, wenn wir im 60er-System sind, alles rutscht einen Stellenwert nach vorne. Also 10,45 kommt da raus. 10,60er, Ja, aber was haben wir denn hier gemacht? Wenn man jetzt mal auf das Bild schaut. A plus B halbe mal C. Das hier nennen wir für Gewinnhöch auch ein rechtwinkliges Trapez. Und wenn ich da die gegenüberliegenden Seiten addiere und mal die dritte Seite nehme, dann erhalte ich nichts anderes als den Flächeninhalt davon. Das ist ja quasi so, wenn Sie das hier sich so denken, das habe ich jetzt schlecht gezeichnet, sollte hier genau durch die Mitte durchlaufen, dass dieses Dreieck und das Dreieck gleich werden. Dann wird man sehen, aha, das ist einfach die Fläche, die ich hier reingezeichnet habe. Das ist also tatsächlich der Flächeninhalt hier unter der Kurve. Der Flächeninhalt unter der Kurve ist 10,45. Was hier passiert ist, man hat gewissermaßen unter einer Kurve geometrisch das Integral bestimmt. Und das war schon der Hammer, als der Ostenreiber das rausgefunden hat. Aber schauen wir mal, ob das stimmt. Prüfen wir jetzt mal vielleicht in dem Text, wie das weitergeht, ob diese Interpretation, dass ich da die Fläche unter der Kurve berechnet habe, konsistent ist. Und erst mal noch eine andere Frage. Wir sagen jetzt Fläche unter der Kurve. Dieses 0,12, das war ja das am Tag des Erscheinens, war ja nicht der Stand 0,12, sondern das war die Winkelgeschwindigkeit. Also am Tag des Erscheinens hat er sich meinetwegen 12 Minuten fortbewegt und nach 60 Tagen hat er sich 39 Minuten bewegt. Also das waren Geschwindigkeiten. Und wenn man unter einer Geschwindigkeit integriert, 10 Semikolon 45, das ist der Weg, den der Jupiter in Bogenmaß zurückgelegt hat. Ja, das ist schon interessant. Das ist natürlich eine interessante Anwendung. Aber schauen wir mal, ob das stimmt. Prüfen wir das mal an der zweiten Fläche. Viertens, nach weiteren 1,0 Tagen 0,1,30, das werde ich jetzt mal D nennen und dieses E werde ich mal nennen, die weiteren 1,0 Tage. Also 4, D ist gleich 0,1,30 und E ist gleich 1,0, also wieder die 60 Tage. Jetzt geht weiter, 0,39 und 0,1,30 ist 0,11 mal 0,3,0 ist 0,5,3,0. Das ist wieder genau dieselbe Rechnung, dass da gerechnet wird, diesmal B plus D mal 0,30 ist mal 1,5 und das Ganze wird mal E genommen und was dann da rauskommt, ist eben diese 0,5,30. So, also hier haben wir ein A1, hier eine Fläche und hier haben wir eine Fläche A2 und das ist hier wieder, das mal sehen, ob ich es diesmal etwas schöner gezeichnet kriege. Das so, ja diesmal habe ich es glaube ich besser hingekriegt, da auch noch nicht ganz. Also denken Sie sich wieder, dass diese Flächen eigentlich gleich groß sein sollten, dann habe ich es gescheit gezeichnet. Also hier haben wir die nächste Fläche, deswegen ist das auch nicht 0,5,30, weil ich habe hier schon wieder ein bisschen geschummelt und in der sechsten Zeile auch noch nachgeguckt. Hier ist natürlich erstmal nur 0,5,30, das war nur das B plus D halbe und hier steht dann wieder mal 1,0 Tage ist 5,30, also dann ist das insgesamt 5,30. B plus D halbe, das wäre 5,30 und das Ganze mal 1,0 ist dann 5,30. So, also dann haben wir 6 auch schon mit verarztet, jetzt geht es aber noch weiter, 6,7 sage ich mal. 10,45, also hier muss ich erstmal das noch reinschreiben, das sind also 5,30, sind jetzt, ist jetzt wieder in Minuten und Sekunden meinetwegen im Bogenmaß, wie viel sich der Jupiter bewegt hat von diesen ersten 60 Tagen der ersten Station bis zu dem zweiten, wo dann wirklich die erste Station erreicht ist nach 120 Tagen und jetzt wird das ja einfach addiert, das beides, also man rechnet einfach noch A1 plus A2 und was da rauskommt, 16,15 steht dann da, vom Erscheinen bis zur Station ist 16,15, vom Erscheinen des Jupiter bis zu dieser ersten Station hat er sich im Winkelmaß 16,15 bewegt. So kann man diese Tafel interpretieren. Und das ist wirklich ein Novum, was der Herr Ossendreiber da entdeckt hat, denn so ein Verfahren, ein geometrisches Verfahren in der Astronomie einzusetzen, einerseits, das war was, wo man bis 2016 eigentlich gar nicht gedacht hat, dass die Babylonier so etwas machen und was auch noch verblüffend ist, diese ja diese quasi geometrische Integration unter einer Kurve, um aus bestimmten Geschwindigkeiten, hier halt Winkelgeschwindigkeiten, dann Entfernungen, zurückgelegte Entfernungen zu berechnen, das ist was, was man in Mitteleuropa erst circa 1300 nach unserer Zeitrechnung gemacht hat, also gut 2000 Jahre später. Das war also wirklich eine überraschende Entdeckung und dafür ist der Herr Ossendreiber dann auch ins Fernsehen gekommen, ist bei BBC News interviewt worden. Das Interview habe ich Ihnen in Moodle direkt unter dieses Video gegeben. Aber eine Frage bleibt ja vielleicht noch, warum? Warum hat man eigentlich solche Beobachtungen gemacht? Nun, was man getan hat, man hat bestimmte Sternenkonstellationen festgehalten in diesen Zieljahrestexten, das heißt, man hat empirisch die Bewegung beobachtet und hat dann versucht zu sagen, wann tritt diese Konstellation wieder ein. Aber, was der Herr Ossendreiber auch noch festgestellt hat, man hat gar nicht nur die Bewegung der Planeten da transkribiert, sondern man hat das immer mit gewissen irdischen Phänomenen, also zum Beispiel einer besonders guten oder einer besonders schlechten Ernte zusammenprotokolliert. Er sagt dann, ich zitiere wieder, dass die Zusammenstellung von astronomischen und irdischen Phänomenen von Anfang an beabsichtigt war und mit einem bestimmten Zweck erfolgte. Es ist naheliegend, dass Korrelationen zwischen irdischen und astronomischen Phänomenen erfasst werden sollten. Durch die Kenntnis solcher Korrelationen würde sich die Vorhersage eines irdischen Phänomens auf die Vorhersage der damit korrelierten astronomischen Phänomene reduzieren, die aber bereits mit dieser Methode der Zieljahresbestimmung, wie man das auch nennt, was in diesen astronomischen Tagebüchern drin ist, bereits möglich war. Jetzt können Sie sagen, ach, das ist ja im Prinzip Astrologie und Aberglaube, aber sagen wir mal so, von der Sonne hängt ja schon ziemlich viel ab, wann die Ernte ist und wie die Jahreszeiten sind, das hängt ja sehr wohl von dem Gestirn ab und dass man dann vermutet hat, dass das auch für andere Gestirne so ist, das dann Aberglauben zu nennen ist eigentlich auch so ein bisschen anachronistisch, da legen wir sozusagen heutige Maßstäbe an, dass da vielleicht die Sternenkonstellationen auch für andere irdische Phänomene zuständig waren, das ist ja aus der damaligen Sichtweise heraus durchaus eine vernünftige, ja, man kann wirklich sagen, wissenschaftliche Hypothese. Bevor Sie dann jetzt ein letztes Mal Schnitzel jagen dürfen, noch eine inhaltliche Frage. Ein Problem, mit dem sich die Babylonier auch beschäftigt haben, bestand darin, den Zeitpunkt zu bestimmen, bei dem innerhalb dieser ersten 1,0, das meint ja 60 Tage, der Jupiter die Hälfte des Weges zurückgelegt haben wird, gemessen in diesem Bogenmaß. Was meinen Sie denn so spontan, wann hat er die Hälfte der Strecke zurückgelegt? Ja, es liegt zunächst nahe zu denken, das wären vielleicht 30 Tage, weil das genau die Hälfte des Zeitraums ist, da der Jupiter sich aber hier immer langsamer bewegt in diesem Zeitraum, das geht ja wie gesehen linear ab, nimmt das, sind es eigentlich nur 28 Tage. Wie die Babylonier das herausbekommen haben, schauen wir uns dann im Repetitorium an. Für heute sage ich auf Wiederschauen, Servus, Baba und dann vielleicht bis nächste Woche, wo es um die Mathematik im alten Ägypten gehen wird.